Hast du eigentlich auch manchmal das Gefühl, dass Someone's watching me and I have no privacy Irgendwas, was ich für dich beobachtet So ein ziemlich perverses Arschloch sein Okay, aber wenn ihr wissen wollt, was Rockwell und John Carpenter gemeinsam haben Das erfahrt ihr nach dem Intro Wir sind es wieder, die Filmfressen Absolut empfehlen Der Peter Und der Manu Es gibt so viele unfassbar geile Filme Es kreist einen wirklich mit Und du musst mal dir Moin und herzlich willkommen auf eurem und unserem Lieblingsfilmkanal auf YouTube Wahrscheinlich auch dem einzigen, sowieso in deutscher Sprache, außer 5000 anderen Und endlich besprechen wir einen Film von Regisseur und Drehbuchautor John Carpenter Den aber wirklich kaum einer kennen dürfte Ihr kennt den nicht Ich kannte ihn vorher auch nicht Ich kannte ihn Und jetzt besprechen wir Someone's watching me And I have no privacy A.k.a. Das unsichtbare Auge Genau Das, woher der Titel kommt, frage ich mich auch Aus Deutschland Ja, aber wer sich das hat einfallen lassen Das Rätsel wird für immer ungelöst bleiben Egal Nicht aber das Rätsel, wer hier der Stalker ist Der hier der Dame hinterher stalkt In diesem Film, in diesem Fernsehfilm aus dem Jahre 1978 Genau Von Warner Brothers in Auftrag gegeben hat John Carpenter hier seinen einzigen TV-Film gemacht Für das NBC Das weiß ich nicht Ich bin mit diesen Werken nicht so vertraut Ich kenne eher so Halloween Precinct Assault on Precinct 13 So heißt er Genau Und das sind so für mich die Frühwerke War jetzt für mich das erste Mal Mit John Carpenter im TV Ich finde Er blinzelt manchmal so ein bisschen durch Ja Wenig Sehr wenig Aber dann schon sehr Carpenter-esk Und man merkt, dass es ein Fernsehfilm ist Aber wir können ja erst mal sagen Worum geht es überhaupt Ja, es geht um eine Dame Ich muss gestehen Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt wir anfangen sind Auf jeden Fall Moved die nach L.A. Auf der einen Seite Weil sie halt den Stalker loswerden will Der sie von Anfang an begleitet Und weil sie eine Beziehung aufgegeben hat Lässt das hinter sich Das sind Gründe, die gut genug sind Auf jeden Fall Und sie arbeitet für eine TV-Produktionsfirma Sowas in der Richtung Passt ja dann auch Und ja Lernt dann halt die Kollegin auch kennen Adrian Barbeau Genau Die ja später John Carpenter's Frau werden sollte Genau Und hat auch in einigen seiner Filme mitgespielt Genau Fog oder Escape from New York zum Beispiel Genau Und ja Lernt dann erst mal auch In L.A. Quasi die Männerwelt kennen Etwas negativer Aber auch positiver Ja genau Lernt dann halt auch noch einen Ich glaube einen Philosophen kennen Mit dem sie eine kleine Liebschaft auch anfängt Es wird romantisch Und ja aber wir merken relativ schnell Dass der Stalker sie anscheinend wieder gefunden hat Das gibt's doch nicht Alles umsonst Und sie mit seinem langen Rohr Fernrohr beobachtet Sie wohnt nämlich in einem ganz modernen Hochhaus Und gegenüber ist halt auch ein hochmodernes Hochhaus Der Film sollte Sieht verdächtig aus wie ein TV-Studio Aber auch Ja Aber jetzt fällt mir auch ein Wie der ursprüngliche Working Title war High Rise Ah Es gibt einen Film der heißt High Rise Genau Von Ben Wheatley Ja genau Richtig Finde ich aber definitiv Cooleren Song Äh Titel für den Film Ähm Ja und dann Kriegt sie halt Telefonanrufe Dann gibt es Äh Das Telefon klingelt sehr häufig Sehr häufig Und das sind halt obszöne Anrufe Ja nicht immer ne Also er labert manchmal Manchmal sagt er auch nichts Er jagt ihr auf jeden Fall Angst ein Ja Das ist ja das Wichtige Er ersetzt den Angst und Schrecken Ja Die Frage ist ob der Film uns auch in Angst und Schrecken versetzt Der ist schon atmosphärisch Kann man nicht anders sagen Auf jeden Fall Es ist ein glasklarer Thriller Auf jeden Fall Und der funktioniert Ich finde Also man merkt schon Dass das ein Fernsehfilm ist Ja Weil der Du hast eben gesagt Es wird romantisch Aber natürlich nicht zu romantisch Es ist ja nochmal ein Fernsehfilm Aber ich finde Für einen Fernsehfilm Ende der 70er in den USA Ist er dann doch Recht mutig In manchen Sachen Fortschrittlich vor allem Objektiv Mit der Nebenfigur Die immer wieder betont Dass sie ja Lesbis Eine homosexuelle Frau ist Wie gesagt Heutzutage würde man das vielleicht Nicht die ganze Zeit betonen Man würde es vielleicht zeigen Oder es eben nicht so herausstellen Hat man da schon Gerne betont in dem Film So von wegen Guck mal Was wir uns trauen Ist aber in Ordnung Finde ich völlig okay Es wird halt ein paar Mal erwähnt Aber es wird kein riesiges Thema Daraus gemacht Weil ja zwischen den Frauen Auch jetzt nicht groß was passiert Das Thema ist ja auch ein anderes Genau Ja das Thema ist das Stalken Das ist der Voyeurismus Und ich muss halt Eine Sache krass attestieren Also ne Der TV-Look Der ist erkenntlich Ne Auch vor allem was so Licht Angeht Weil wir ausläufig Ja ja weil wir häufig In TV-Studios sind Ja ja natürlich Das ist halt Kulisse Das merkt man Aber die Gewalt ist natürlich auch nicht Übersprudelnd Das Wir sehen keine nackten Tatsachen Und so Auch wenn die Dame häufig Ohne BH rumläuft Und so Ja Ne Viel so hinter Curtains Und vor allem auch so ein bisschen Schattenspiele Genau Ich hab das jetzt erstmal wertfrei gesagt Einfach nur so zur Einordnung Ja Man weiß TV damals Das ist nicht wie heute Das war früher ein bisschen anders Ja War das alles abgespeckter Genau Das ist der Unterschied zwischen Kino Und Fernsehfilm Ja Also man kann sich das ja quasi auch So ein bisschen vorstellen Der ist relativ minimalistisch Vor allem was das Setting angeht Ne Weil es ja viel in der Wohnung ist Beziehungsweise dann eventuell Auch mal eine andere Wohnung Ist im Keller Im Fernsehstudio Zumindest was die Räumlichkeiten Im Film angeht Finde ich aber völlig in Ordnung Der Look ist für einen TV-Film Aus der Zeit Finde ich hervorragend Wie gesagt Manchmal ein bisschen zu hell Ein bisschen zu wenig Kontrast auch Aber dank Screen Factory Vor allem halt auch Eine fantastische Bildqualität Die wir geliefert kriegen Beeindruckend Der Film gilt ja allgemein hin Als so quasi Der Lost Carpenter Weil den halt Kommen anerkennt Weil der halt auch Sehr selten veröffentlicht wurde Aber du hast ihn gefunden Ich hatte den damals Vor 15, 20 Jahren Hatte ich den mal Auf VS Auf Tape Habe ich leider Oder bin ich leider Irgendwie los geworden Und dann habe ich den jetzt Dieses Jahr Endlich mal Wieder in meinem Besitz Haben wollen Und habe den In USA bestellt Und muss sagen Es war halt mit dem Code A War es halt ein bisschen schwierig Das quasi Mir dann anzuschauen Oder dass wir das halt Angucken konnten Aber hat sich gelohnt Weil der Transfer Hervorragend ist Und wir haben hier auch Sehr viele Carpenter Vibes Vor allem aber auch Was das Schauspieler angeht Wir haben Charles Cyphers Der den Polizisten In Halloween Beispielsweise Gespielt hat Dabei Edwin Bobo Genau Bekannte Gesichter Auf jeden Fall Und wir haben den Onkel Von Jerry Seinfeld Ja das war der Ich habe die ganze Zeit Überlegt Ich weiß den leider Nicht mehr wie der Schauspieler Weiß ich auch nicht Stimmt Ich habe die ganze Zeit so Ich kenne den Das ist ein bekannter Schauspieler Genau War mir ähnlich Bis mir irgendwann Ein Licht aufregend ist Aber Fand ich sehr lustig Aber Man kann sich halt Nicht so Wirklich Darauf verlassen Den als Carpenter Zu entdecken Oder zu erkennen Weil der wirklich Komplett anders ist Als er in anderen Filmen Auch was so die Anfangsphase angeht Weil er hat zum Beispiel Auch keine eigene Musik geschrieben Aber es gibt ein Stück Ein Musikstück Da finde ich Klingt das durch Okay Und da hätte ich auch getippt Dass er das gemacht hat Da kommt so ein bisschen So Sinti So ein bisschen Gedudel Also jetzt Nicht despektierlich gemeint Aber der Soundtrack Oder der Score Des Films Bis dahin Komplett anders ist Eher so ein klassischer Fernsehfilm Serienscore Ansonsten Was Atmosphäre angeht Die Atmosphäre ist schon dicht Und gedrungen Was auch so an den Sets liegt Ja So ein bisschen So ein bisschen Klaus-Zoforbich Weil es ja dann auch Hin und wieder Weil es ja viel in der Wohnung spielt Auch so ein bisschen Kammerspiel ist Auch wenn man dann quasi So dass das Den Voyeur Den Stalker Mit seinem Fernrohr Halt quasi auf der anderen Seite hat Der nur durch diese Linse guckt Fühlt man sich halt auch so ein bisschen In ihrer Position Dieses Bedrängnis Auch durch diese ganzen Ja Anrufe Was ja auch so ein bisschen Am Terror kratzt Genau Es ist für uns auch anstrengend Die Sache so Dass der Stalker sie Nach und nach Über die Lauflänge Des Films In den Wahnsinn tragen Genau Und uns auch so ein bisschen Weil diese Ständig Klingelt dieses Telefon So unfassbar schrill Und laut Und das ist halt echt nervig Und am Anfang Gehen die auch gar nicht so schnell dran Und man denkt sich auch immer so Warum nehmen die einfach ab Und legen den Hörer daneben Aber immer wieder gehen sie dran Da könnte ja irgendwas Wichtiges sein Man weiß es nicht Das zehrt schon an den Nerven Man kann das gut nachvollziehen Und das Schlimme ist ja auch dann Dass die Polizei so machtlos ist Oder dann auch Die meiste Zeit einfach nichts Macht Weil die sagen Ist ja kein Verbrechen in dem Sinne Was sollen wir denn machen Der hat sie ja nicht angegriffen Der hat sie ja nicht bedroht Erst wenn das dahin geht Und da kenne ich leider Aus einem Freundes- und Bekanntenkreis Eben auch Geschichten Dass das ja heutzutage noch so ist Sobald die Sofern die Einem selbst Also sich selbst Oder dann der betroffenen Person Nicht wirklich was antun Oder irgendwie körperlich angreifen Kann die Polizei halt nichts Nichts machen außer irgendwie Platzverweise zu erstellen Oder auszusprechen Oder sonst was Stalking Schwieriges Thema auch heute noch Ja ich Kenne das aus eigener Erfahrung Ja? Du hast wen gestalkt? Bin ich so blöd und verrate das hier? Es gibt eine einstweilige Verfügung Sind das hier 150 Meter? Du warst nicht das Opfer? Noch nicht Wer weiß Ja Sehr schön mit der Kamera Experimentiert ihr hier so ein bisschen POV-Shots Ja ich weiß nicht ob das Experimentieren ist Ja Das ist schon ein hard shaky cam Aber Das meine ich noch nicht mal Wieso? Weil der schon ein bisschen Schielt Wie meinst du das jetzt? Der John Schielt über den Ozean Zu einem britischen Kollegen Achso Nicht nur thematisch Voyeurismus etc Und das Fenster zum Hof Sondern Ja Hitchcock Okay klar Ey ganz ehrlich Aber alles was Thriller oder Krimi ist In dem Bereich Ist ja irgendwie Schon Hat der Brite schon getan Ja aber Der wörtige Effekt Einige Shots Hätte ich Ohne irgendwas davon zu wissen Ich hätte sofort gesagt Das ist Hitchcock Aber für einen Fernsehfilm fand ich das Also für einen US-amerikanischen Fernsehfilm Ich kenne nicht viele Aber Da fand ich das schon Nicht schlecht Ich sage nicht dass das schlecht ist Ja aber ich meine jetzt auch ungewöhnlich Ja das auch Klar Nicht nur die POV-Shots Super geil ist die Szene Die finde ich auch inszenatorisch super cool Die ist natürlich unlogisch Das ist ein bisschen dumm Das mit dem Gully Ja im Keller Ja Also nicht Gully Aber so die Abflussding Ja natürlich Besonders geht es ja am Schluss auch ohne das Messer wieder raus Ja Das ist vor allem Sobald man über so ein Wie soll man sagen Über ein Gitter läuft Oder so Man guckt immer runter Der Kollege tut es dann nicht Super unrealistisch Ist egal Weil die Szene funktioniert Ja auf jeden Fall Sie ist spannend Vielleicht auch gerade deshalb Weil man denkt Boah der guckt ja sowieso runter Ja Die ist aber super geil gefilmt Ja Ich finde das auch insgesamt Sehr schön gefilmt Ich habe halt nur wirklich Manchmal das Gefühl gehabt So Der kopiert hier schon ein bisschen Hitchcock Macht den Film natürlich nicht schlecht Für ganze Filme ist er Ich sage ja nicht Dass du das gesagt hast Nein 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 Es macht ihn ja sogar vielleicht besser Weil Hitchcock ist ja nochmal Ein Ticken größer als Carpenter Und wenn du das in dem Kontext Also Das ist auch dicker Es sind einfach zwei riesen Namen Fertig Also egal welche Wie du das Auffasst Es ist Positiv gemeint Natürlich Wäre jetzt natürlich nicht mein Go to Carpenter Auch nicht meine Empfehlung Aber das war wirklich für mich So eine So eine Neuentdeckung Habe ich Nie gesehen Habe mal in den Credits gelesen Also in der Filmografie Aber bei TV-Filmen Bin ich dann auch meistens raus Genau aus dem Grund Das ist dann häufig der Grund Zu sagen Okay ich mag den Regisseur Ich gucke mir sein Werk an Aber bei TV-Filmen Das sind meistens so Auftragsarbeiten Genau Bei denen die Handschrift Die eigene Handschrift Gar keine Rolle spielt Weil sie die nicht spielen darf Deswegen meide ich sowas meistens In dem Fall habe ich es jetzt aber nicht bereut Den zu gucken Ja Weil er halt auch Es ja quasi von Anfang an geschafft hat Mit dem Geld Was ihm zur Verfügung stand Auch wenn es hier eine Auftragsarbeit war Halt gut hauszuhalten Und das Optimum rausholen Und das hat er hier wieder geschafft Auch wenn es halt nicht so ganz seinen Stempel trägt Ist es trotzdem Für mich immer noch ein sehr cooler Carpenter Er hat ein bisschen Ein cooler Film Ja okay Ja okay Im Vergleich zu Zum Beispiel Im gleichen Jahr kam er Halloween Der war dann ein halbes Jahr später glaube ich Hat er auch gut mit dem Geld gehaushalt Auf jeden Fall Wahrscheinlich noch besser Genau Ja von daher Ich fand das schön Den auf jeden Fall nochmal gesehen zu haben Ein schlechter Reha Carpenter Ist immer noch Ein großer Film Besser als ein guter Michael Bay Geht das alle mal Shots feiert Ist das so Also unsere Filmfressenfamilie Die können sich jetzt den Film nicht holen Außer in den USA Jein Oder leihst du den mal aus Ja dafür muss man auch erstmal Code A abspielen können Ansonsten VHS Und es kursiert glaube ich auch Irgendwann so eine DVD Ich bin mir gar nicht mehr sicher Aber Es ist Man muss auf jeden Fall ein bisschen in die Tasche greifen Aber für John Carpenter greift man gerne mal in seiner Tasche Sehr gerne Weil ich bin ja auch so ein Komplettist Und da gehört halt alles rein Wobei Darkstar habe ich mir bis jetzt aufgespart Ja sowas zum Beispiel mache ich nicht So dieses Dieses komplette Ja ich muss jetzt alles haben Ja aber was willst du denn bei Carpenter nicht haben? Den brauche ich nicht in der Sammlung unbedingt Achso okay Zum Beispiel Kannst du den ja bei mir leihen Genau Falls du nochmal irgendwann schauen soll Richtig Wollen wissen können Tönen Okay Ich habe dieses Komplettieren Das habe ich irgendwie ein bisschen Ad acta gelegt Ja Also nicht Dieses Komplettieren Auf Teufel komm raus Okay Kennt ihr denn das unsichtbare Auge A.K.A. Someone's watching But I have no privacy Ich hoffe Auf jeden Fall Ein Titel Der sich lohnt Nachzurufen Ein John Carpenter Den ihr höchstwahrscheinlich noch nicht kennt Genau Und den ihr bei Amazon Prime nämlich glaube ich Kaufen könnt für 4 Euro Ach das ist immer So einfach ist es Da gehe ich extra in die USA Fliege in die USA Um mir die für 30 Dollar zu kaufen Während der Pandemie Ja Echt Schlimm Das ganze Kerosin Und die Abgase Und Ja Um das wieder gut zu machen Um die Kosten wieder rein zu kriegen Bitte mal ein Abo hier bei Patreon Abschließen Genau Oder ein bisschen Merch kaufen Genau Schön hier Wir haben unsere schöne Tassen Wir haben schöne T-Shirts Guck mal hier Wir haben Käppis Alles mögliche Wir freuen uns über jede Unterstützung Denn Dann können wir viele geile Filme kaufen Und weiter unser Equipment verbessern Ja Und die Sache ist Ihr bekommt nicht nur schönes Merch Ihr bekommt natürlich auch exklusive Inhalte Bei Patreon Ihr bekommt den Podcast früher Einfach Jeder gewinnt Es ist eine Win-Win-Situation Richtig Für diese Worte Muss ich dir Dank sagen Und auch mit dir anstoßen Na dann Das haben wir nämlich Vorhin ganz vergessen Haben wir nachgeholt Ja Sehr schön Wir sehen uns beim Fressen Peter Und Manu Bis demnächst 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 Bis demnächst